Hallo Leute, ich bin's Franziska und herzlich willkommen zu einem neuen ASMR Podcast. Ich habe hier die neueste, aktuelle Werbung von Rossmann, Rossmann, mein Drogeriemarkt. Und, ja, da habe ich gedacht, dann mache ich doch gleich mal einen kleinen Podcast zu. Das letzte Video hat eigentlich ganz gute Klicks abkassiert. Ihr wisst schon, ich glaube gar nicht unbedingt eine Bewertung, warum auch immer. Ich gucke kurz mal nach. Oh, da, 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 da. Es ist schon ein bisschen her. Und, ja, geht ihr gern zu Rossmann? Ich gehe sehr gern zu Rossmann. Es ergibt sich einfach immer mal wieder, dass ein Rossmann meinen Weg hat. Oh nein, Rossmann hat sogar zwei Daumen hoch. Und 77 Aufrufe. Also, ja, dann passt es ja sehr gut, dass ich wieder einen Rossmann-Beitrag liefere. Und ich finde die Rossmann-Werbung auch einfach immer am interessantesten. Okay. Here we go. Die erste Seite. Es wird mal wieder Parfüm beworben. Ist das eigentlich immer so? Oder fällt es mir jetzt noch an? Also, ist das eigentlich immer so? Und fällt mir jetzt noch mehr auf? Oder warfugend nicht dauernd überall Parfüm? Parfüm. Ich weiß aber noch nicht, wie genau man das sagt. Ja, was ich hier sehr interessant finde, ist ein Shampoo-Angebot. L'Oreal Elvitae Shampoo. 300ml oder auch Spüling- und Pflege-Spray. Da ist dieses, ähm, das Shampoo drauf mit Tonerde. Und ich habe schon mal überlegt, das zu kaufen. Wollte aber warten, bis ein Angebot war. Aber irgendwie hatte ich da, ich glaube ich, noch so, ja, so viele Shampoos und Wollte es noch nicht kaufen. Aber ich glaube, ich würde doch mal zuschlagen. Das soll ja ganz gut sein, wenn man einen fettigen Ansatz und trockene Spitzen hat. Und das ist bei mir der Fall. Und das nervt mich auch total. Weil es halt immer voll scheiße ist. Wenn man zu schnell einen fettigen Ansatz kriegt, weil es einfach scheiße aussieht. Und trotzdem, ja, die trockene Spitzen sehen natürlich auch blöd aus. Ähm, ja, ich habe mir jetzt ein Shampoo allerdings gekauft bei Rossmann. Ich war die Woche bei Rossmann. Und ich habe mir das von Zayas gekauft. Ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Aber das ist halt auch irgendwas mit 48 Stunden. Äh, super tolles Haar. Ja, und halt auch bei fettigen Ansatz und trockene Spitzen. Und ich habe es heute zum ersten Mal benutzt. Und ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut. Man konnte die Haare danach sehr gut durchbürsten. Und, ähm, das Haar fässt sich ganz gut an. Also, die Haare waren zwar noch ein klein bisschen glättig, aber das konnte man gut integrieren, sage ich jetzt mal. Also, von daher brauche ich dieses Shampoo jetzt nicht gerade. Allerdings ist es natürlich ein sehr gutes Angebot. Und, äh, dann noch Duschdass, Dusche ist im Angebot. Und was für ein cool. Ich muss sagen, ich hatte seit 10 Jahren oder so kein cooles Shampoo mehr. Und ich weiß nicht, wieso ich mir das mal leisten konnte. Aber als TV hat man einfach irgendwie immer Geld. Kann sich teure Markensachen leisten. Ich meine, schaut euch die Teenager an auf der Straße. Die haben, äh, iPhone, iPad. Geile Markenklamotten, die ist das. Ja. Und später. Naja. Auf jeden Fall ist cool Shampoo im Angebot. Für 2,99. Die unverbindliche Preisempfehlung ist 4,49. So. Äh, äh, die Teen-Welt preist ja schon mal den Regenwandel an. Äh, ich hab gar keine Lust auf Regenwetter. Und es gibt ja auch Rexona-Tea-Augen angeboten. Ich muss sagen, ich glaube, es ist Rexona, wo ich es sehr verwirrend finde. In manchen ist Aluminium drin, in manchen nicht. Und das finde ich voll verwirrend. Und hier ist auch so ein geiles. Wie der Kurs amaze, oder wie man es ausspricht, für 14,99 für 500 Gramm. Krass. Damit soll man abnehmen, oder? Ah ja, kommt jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist so cute. Es ist so cute. Ich sehe hier bei der Teen-Welt Katzen-Sachen. Ich erzähl's euch nicht. Wir fangen ganz ordnungsgemäß bei der linken Seite. Ich halte euch so etwas hin. Was ist ja noch besser. Okay Leute, passt auf. Hier gibt es eine Wind- und Regenjacke. Und eine Regen-Hose auch dazu. Und diese Regenjacke. Okay, die ist... Ich weiß nicht, ob sie unisex ist. Ich wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist ein Mann und eine Frau auf dem Bild an. Und sie ist einfach mal knallgrün. Und es sieht einfach nur... Beschissen aus. Sorry. Wenn's jetzt ein bisschen fies klingt. Aber was noch geil ist. Es gibt Kartenhandschuhe, die auch so grün-blau haben. Und dieses grün ist einfach wie dieses von dieser Jacke. Stell dich mir vor, man füllt ja auch noch dazu. Diese Handschuhe tragen. Es wär der Hammer. Der Hammer, der Hammer, der Hammer. Ah, es gibt bloß Zwiebeln. Ja, Gattenshirtsets. Wenn eine Abdeckhaube und so ein Fahrrad- und Mufaabdeckung brauche ich alles auch nicht. Es gibt auch ein Regen-Hut. Oh mein Gott, ihr könnt das auch schon perfekt sehen hier mit einem Regen-Hut. Eigentlich fehlen jetzt noch Gummistifel. Gibt es aber leider nicht. Es gibt Fashion-Clocks. Die sehen aber gar nicht so fashionmäßig aus. Wenn man dort sieht oder gar geht. Ja, total fashionmäßig. Also was ist das hier? Es gibt irgendein LED-RGB-Leuchtband. Hä? Mit der Höhungssensor für Außen-Innen-Bereich. Ich checke es gerade gar nicht. Ach so. Das ist hier so aufgerollt. Lichter-Schlauch. Es gibt auch Lichter-Zauber mit Farbwechsel-Funktion. 100% Wasser-Dicht. Und was soll das genau sein? Sieht so klein aus. Ja, es ist nicht so ganz einfach bei den kleinen Bildern was zu erkennen. Oh, hier gibt es einen Nass- und Trocken-Akkuhand-Staubsauger für 1999. Klingt nach einem guten Angebot. Was ich sehr gut finde, ist, dass man auch nass, also auch nass und trocken-Akkuhand-Staubsauger. Ja, normalerweise müsst ihr ja aufpassen, dass das nicht nass wird. Und es gibt auch einen Hunde-Anschnellgurt und eine Hunde-Halsband. Ja, ihr könnt euch auch das Christine-Stürmer-Eisen holen, wenn ihr wollt. Oder Eric Clapton. Mit Ice-Till-Till. Und anscheinend gibt es das Fotogeschenk, wenn man so eine Tasse mit so einem Bild von sich aufmacht, für 5,99. Obwohl so genau steht es da nicht. Geschenk-Ideen für Groß- und Klein-Schein ab 5,99. Ja, cool. Ja, ich wollte euch auch seit Ewigkeit noch Fotos mal bestellen und sowas. Aber, naja, irgendwie ist es nie dazu gekommen. Oh, es gibt ja eine Katzentoiletten-Unterlage. Ein rutschfestes PVC. Die Streu bleibt an der Oberfläche hängen. Äh, okay. Wo soll die Streu denn sonst hingehen? Ich weiß nicht. Im Format 42x42x40. Oh, es ist auch für kleine Hunde geeignet. Für eine 14,99. Und, oh mein Gott. Funkgesteuerte Maus inklusive Batterien. Für 9,99. Geil. Und es gibt eine Laser-Pointe-Maus und eine Katzenange. Eine Katzenange ist super. Ihr könntet euch auch im Do-it-yourself-Verfahren bei der Katzenange basteln. Oder man kann auch, wenn man so eine alte Fliegengletsche hat, einfach hinten. Da ist ja meistens so ein Loch drin, ne, zum Aufhängen. Und dann kannst du da einfach so ein Band rummachen, da irgendwas ran baumeln, ne. Und schon hast du auch so eine Art Katzenange. Also, ist jetzt auch eine günstige Alternative. Und falls ihr noch eine alte Fliegengletsche habt, auf geht's. Es gibt ja einen faltbaren Napf. Achso, den kann man so bleibt machen. Ich dachte gerade schon, man könnte ihn wirklich komplett falten. Oh cool, ein Futterball für 100 Katzen. Wobei, ich weiß nicht genau, wie groß die Öffnung ist. Es gibt auf jeden Fall einen 8 cm und einen 10 cm großen. Für 5,99 oder 6,99. Es gibt auch eine Futternapfunterlage. Da wird allerdings nicht angepriesen, dass das Futter an der Oberfläche bleibt. Ah, so ein kleines Futternapfer steht da drauf. Leckerbissen steht da drauf. Sehr hübsch, sehr hübsch. Und Tierfutterdosen. I love my dog. I love my kid. Ist allerdings nicht in allen vier Jahren erhältlich. Denn nur so ein Hundespitzzeug. Das eine sieht aus wie so eine Frisbee. Und das andere sieht aus wie so ein Teil, was man so festhält. Und der Hund kann halt in die andere Seite reinbeißen. Dann kann man da so dran ziehen. Ach, hier sind doch noch mehr Hundeprodukte. Eine Autoschondecke. Eine Hundedecke. Für die Hunde. Eine Hundedecke für Hunde. Ja. Genial. Und ein Handtücher-Set. Und noch Fellpflegebürsten und Grenzen. Also Anikas. Oh, oh, oh. Hier gibt es eine CD. Barbie Chartids. CD 4. Jetzt im Angebot für eine 5,99. Wobei ich jetzt sagen muss, ich glaube, jetzt sind die Songs nicht mehr so geil. Also ich habe mir irgendwann so eine Barbie-Sendung reingeschaltet. Und irgendwie fand ich das ein bisschen bescheuert. Ich weiß nicht, früher war es halt eher, also ich hatte früher so eine Gesetze. Und da war es irgendwie eher so eine normale Geschichte. Und nicht so abgespaced. Wie jetzt, oh mein Gott, es gibt eine Bibi und Dina Jubiläums Edition für 8,99. Warte, Freundschaft ist, ich glaube, für einen anderen Dorte-Sendung steht da drauf. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Es sind zwei CDs. Warte, warte, ich muss wissen, was das ist. Ich muss wissen, was das ist. Ich muss googeln. Okay. Bibi und Dina, Dina Jubiläums Edition. Jubiläums Edition heißt das, die hier. Oh, es gibt hier auch eine Hörprobe, glaube ich. Ich gehe jetzt mal auf diesen Link. Ist es dasselbe? Nee, da sind die auf dem Pferd drauf. Und hier sind die groß zu sehen. Aber sowas ähnliches bestimmt. Ein Bindnergast. Völlig eine Wörterlange. Bibi-Sexen von den Jubiläums Edition. Ich hasse Jubiläums Edition. Ich hasse Jubiläums Edition. Jubiläum Edition gab es früher gar nicht. Und erst durch diese Sendung ist sie da gekommen. Die gefällt mir nicht. Und hier Besucher Spanien. Yeah. Aber das sind ja Folgen. Die kennt man ja schon. Achso, ich muss jetzt die Edition 2 suchen. Wo finde ich denn das? Es gibt ja die Bibi und Dina Tasche. Oh, mein Gott, wie wunderschön. Äh, Bibi und Dina. Ja, die Jubiläums City 2 vielleicht. Sorry, aber das muss ich jetzt einfach sagen. Ja, genau, das ist das. Okay. Bibi und Dina. Freunde für immer zwei Cities. Jubiläums Edition. Freunden, das ist immer für andere da zu sein. Freddy in der Klemme. Und Dina in Gefahr. Ja, das mache ich mal gefolgt mit Freddy. Und ich mag Dina in Gefahr. Die Folge kann ich, aber ich kenne beide schon. Aber naja. Also ich dachte jetzt, es wäre wirklich irgendwie was Besonderes. Ich finde es jetzt trof, dass das, ja, in der Jubiläums Edition, was ist da jetzt anders dran? Also da hätten sie wenigstens irgendwie eine Special-Folge machen können. Oder irgendwas Interaktives. Oder halt mit irgendwelchen Songs oder irgendein anderes Goodie da noch drin. Nette Idee, aber ich hätte mir jetzt echt mehr davon erhofft. Ja, okay. Bibi und Dina. Okay, ich sehe schon, ich werde hier noch an die Bibi und Dina-Seite komplett abchecken. Ich muss sagen, Bibi und Dina, der Film töne mich irgendwie ab. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber... Okay. Also, Bibi und Dina gibt es. Dann gibt es, oh mein Gott, auf zum Oktoberfest. Eine geile ZD für 6,99. Ähm, grüße noch. I am Johnny Cash, Mini-Jungs. Der geilste Tag und ein Mord mit Aussicht als DVD. Der geilste Tag, 12,99. Und die Mini-Jungs, 7,99. Genau wie Johnny und ein Mord mit Aussicht. 6,99. Wobei, der wirkt auch schon etwas älter. Jetzt kommen wir wieder zur Parfümseite. Im Übrigen, 30% auf alle Strickstrumpfprodukte von Under-Jeware. Burberry Bodygold. Geil. Das Gold schmeckt mich natürlich sofort in den Namen an. Oh, es gibt wieder ein neues Lolita-Parfüm. Ja, ich habe mir dieses Lolita-Parfüm geschenkt. Vorausgesetzt, es riecht gut. Ich habe es irgendwie nicht, bevor es mal gesehen. Ich weiß nicht. Lolita. Sweet heißt das. Und das ist wieder so eine Apfelform. Und auch wieder so ein goldener Stingel oben drauf. Und eine goldene Schrift. Sweet da drauf. Und jetzt ist aber die Apfelfarbe so rot. Angeblich hat es vor 29,99 gekostet. Und jetzt nur 22,99. Oh mein Gott, es gibt auch noch J-Lo und Glow. Das ist hier wohl auch schon total eins. Ja, sehr krass, sehr krass. Es gibt 20% auf Manhattan-Produkte und 20% auf Maybelline-Produkte. Vom 5.9. bis zum 9.9. Was haben wir denn hier noch? Rival de loup. Nagellack, fliegellack. Brilliant gloss. All liquid makeup. Oder Kampelstick. Ja, Rival de loup. Okay. Ich muss sagen, ich bin von der Macke noch nicht so ganz überzeugt. Obwohl ich glaube, ich habe einen Rouge davon. Ich überlege gerade. Ja. Auf jeden Fall, wenn der zum Rosmantik ist, mein Rouge. Das finde ich eigentlich ganz in Ordnung vorbei. So viel falsch machen kann man da auch nicht. Das ist so ein Duo, wo auf der einen Seite so ein bisschen roter ist und auf der anderen Seite so ein bisschen brauner geht. Anyway. Low Rave Prestige für 9.9. Bench, Adidas, oh, Bichel, Michalski, Berlin. In der Edition ratet, wie wird das Parfum heiß? Von Michalski, Berlin. Das Parfum für die Frauen heißt ganz kreativ. Woman. Und das Parfum für die Männer heißt. Man. Ernsthaft. Das kann doch nicht sein. Ich würde mich freuen, wenn ich Parfum nah am Ausdenken könnte. Ich würde hier keine Sachen nehmen. Oder halt irgendwelche Klischee auf den Sachen wie Verführung und sowas, was immer zieht, ne? Oder sowas. Sommer. Liebe. Sommerbrise. Love. Sowas halt, ne? Sowas geht doch immer. Oder Glamour. Und Schein. Und was weiß ich denn noch. Aber du nicht. Man. Man. Tom Taylor hat auch ein süßes Parfum. Das ist übrigens auch wieder Fummel, man. Heißt das wirklich so? Ich kann das ja auch schon bald nicht mehr glauben. Auf jeden Fall 98. Und das sieht so süß, ein bisschen curly-mäßig aus mit seiner kleinen goldenen Schleife daran. Echt cute. Und natürlich 907 wird natürlich auch wieder versucht zu verballern. Verballert zu werden für 99. Die quantum-etisch. Oh, jetzt gibt es wieder Fatih aus dem Angebot. Als ich da war, gab es das nämlich nicht mehr im Angebot. Ich wollte es mir unbedingt holen. Weil ich Tio-süchtig bin. Okay. Wir sind da mit hier in einem ganzen Bereich, der jetzt nicht so interessant ist. Aber Körperpflege, Duschgel, CD, 139. Und es gibt wieder diese Seifen für 49 Cent im Angebot. Blütenfest. Interessant, interessant. Benutzt ihr auch Isana-Seife? Oder ein anderes Isana-Produkt? Und wie gefällt es euch? Ich schreibe es doch gerne mal an die Körnetschere. Balmolive ist auch im Angebot, falls ihr ein bisschen mehr Quality oder mehr Marke wollt. 99 Cent, vorher angeblich 1,69. Und es gibt einen geilen Massage-Handschuh. Also, ist das jetzt wirklich so ein Peeling-Handschuh, ist das, oder? Also, ich würde das Peeling-Handschuh nennen. Dann sieht es auf dem Bild so aus. Und Wellness-Beauty mehrseits Öl-Peeling, Zucker-Öl-Peeling und Körper-Peeling für 3,49. Isana-Dusche ist auch im Angebot nur 49 Cent vor 55. Sieht die Deo 1,49 als Roll-On-Oder-Spray kann je Deo auch im Angebot. 8x4 Deo im Angebot, beides 1,29 Fahr-Deo-Spray von 90 Cent. Ah, ich wollte nämlich dieses Neue mal ausprobieren. Paradies, Marmonds, ich glaube, ich hatte mir einmal so kurz gesprüht. Aber das hat mich irgendwie so 100%ig überzeugt, glaube ich. Ich bin mir das mir ganz sicher. Jetzt gibt es wieder ein Hagellack-Entferner im Angebot. Ich habe einen Hagellack-Entferner gekauft. Und jetzt ist das im Angebot. Okay, nicht aufregen, nicht aufregen. Es ist auch quasi nur 20 Cent, aber 20 Cent sind 20 Cent. Und wenn man im Blick, dass man bei 4.020 Cent sparen würde. Ja, lasst uns nicht drüber nach. Es gibt ein Dusch-Beauty-Kimalaya-Sites für 49 Cent. Auch Isana-Dus im Angebot. Ich glaube, ich habe mir auch an Isana-Dus gekauft. Ich habe mal überlegt, ob ich mir dieses Seba-Med-Reinigungs-Schaum hole. Hat jemand damit erfahren? Dann berichtet mir bitte. Achso, Fußwohlen-Deo gibt es auch. Falls die Füße stinken, falls die Schuhe stinken. Einfach ein bisschen Deo. Ich weiß auch nicht, wer benutzt jemand das wirklich? Also ich meine, wahrscheinlich benutzt das schon jemand wirklich. Aber ich weiß auch nicht, ich konnte das als Produkt noch nicht so überzeugen, dass ich mir gesagt habe, oh mein Gott, ja, meine Schuhe stinken so heftig. Ich muss jetzt Fuß-Deo benutzen. Schuhe oder Schuhe oder Schuhe-Deo für die Schuhe da was reinspringen. Ich weiß nicht, er stellt mir das vielleicht ein bisschen nach draußen oder eh auf dem Flur oder so. Ich weiß doch, also, ich meine, ganz ehrlich, oder? Oder man nimmt halt so ein bisschen Parfum oder Dio. So, wenn ich ganz normales Dio nehmen. Ich weiß auch nicht, was das Besondere am Schuhe-Deo ist. Naja, 99 Cent und ihr seid dabei. Es gibt auf 55, nicht 55, schön wär's, 15% auf Produkte von Bioöl. Yep. Ach so. Rasur. Es gibt wieder sehr viele Rasiersachen. Ich muss sagen, ich blicke da nicht mehr durch. Rasierer, Rasierer, Rasierer. Es gibt einfach zu viel Rasierer und Rasierschaum. Ich muss sagen, Rasierschaum mag ich gar nicht so gerne. Seid ihr, ähm, Team Rasierschaum oder Team Rasiergel? Also, ich muss sagen, dass ich Gel wirklich sehr bevorzuge. Und, ähm, Gel wäre hier im Angebot für 1,11 und Rasierschaum für 69 Cent. Es geht auch mit Enthabenscreme oder Kaltwaxenstreifen. Ach so, aber nur fürs Gesicht, 3,45. Okay, und man kann von Velaflex, äh, Haarstyling-Produkte bekommen für nur 99 Cent. Sonst zwei, äh, 29 und vermiedliche Preisempfehlung in den Haarwochen. Die anscheinend jetzt sind, du sparst 56%. Das ist der super Spartipp von Rossmann. Entdecken, was zu mir passt. Haarwochen, 56% sehr. Das ist ein gutes Angebot. Ich muss allerdings gestehen, dass ich immer, äh, nicht so viele Haarprodukte benutze. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich dazu, okay, empfehle ich mich ein bisschen zu faul dazu. Aber andererseits, meistens brauche ich das irgendwie nicht. Und, äh, ich hab bei mir sowas wie Haarlack und, äh, nee, Haarspray und Sunshine-Festiger steht bei mir einfach ewig rum. Einfach, ja, ich benutze es halt ab und zu mal. Aber es ist schon ewig, ewig alt, wollte ich ganz sagen. Also, hier ohne, oh, hier ist Suisse AuPair Shampoo oder Spülung für 1,79. Und ich hab dieses Suisse AuPair Coco Shampoo, hab ich, und ich mag es sehr gerne. Es riecht angenehm. Die Haare fühlen sich ja noch gut an. Also, ich kann es wirklich empfehlen. Ich hatte das ewig schon nicht mehr und, ähm, ja. Aber es lohnt sich. Also, es hat mir echt gut gefallen. Es gibt auch irgendwie noch andere Sorten. Leider gibt es irgendwie komischerweise nicht so viele Sorten von Suisse AuPair. Zumindest ziehe ich immer nur im Laden, so drei oder so. Meistens haben sie immer nur diese kleinen Kuchen. Und davon haben sie immer, äh, dann ist hier nur so ein Trockenshampoo-Angebot. Dieses, weiß ich nicht, sagt man, Batiste. Batiste Trockenshampoo 2,90. Ich glaube, dass Batiste, ähm, wurde ja, glaube ich, auf YouTube auch schon ganz schön gehypt. Aber ihr könnt auch Trockenshampoo von einer anderen Marke kaufen. Ach, von Sayos. Es ist sogar von Sayos, okay. Nee, oder Alke, Alke-Marina, genau. Ich wollte gerade sagen, das sieht ja nicht aus wie Sayos. Okay, also von der Marke Sayos oder Alke-Marina. 500ml. Oder von Schauma für 150. Ja, auf jeden Fall Trockenshampoo ist auf jeden Fall ein Produkt, was jedes Mädchen haben sollte. Wie man so schön sagt. Ja. Okay. Weil man immer mal in eine Situation kommt, wo man die Haare, also selbst wenn man sie noch auffrischen muss. Ich finde, wenn man nicht zu viel gemacht hat an so einem Tag. Weil es zum Beispiel sehr warm ist oder man schwitzt oder man war sehr aktiv. Und dann ist es einfach gut, einfach nur noch mal die Haare so dann aufzufrischen. Aber ein bisschen wieder so Volumen reinzubringen. Und nicht die extra nochmal waschen zu müssen. Ach, die Superspartipps von Isan. Da gibt es auch noch Haarprodukte. Ja, schaut einfach mal rein, wenn ihr was mit euren Haaren machen wollt. Es gibt auch Partien, Shampoo-Angebot. Und noch mehr Sachen von Google, die Stars, ein paar Färbel-Sachen gibt es auch im Angebot. Ja. Sehr gut. Pepper. Ein geiles 3 Euro Rabatt beim Kauf von ein Jumbo-Pack und zwei oder zwei Sparpacks Baby-Dry-Windeln oder zwei Baby-Dry-Pants erhalten sie 3 Euro Rabatt. Okay. Milchbrei-Gries. Geile Angebot, ja. Vielleicht eine Baby-Dream für Mama-Pflege-Lotion. Und holt euch doch einfach ein Stellbeer. Es gibt hier in schwarz und weiß und in verschiedenen Größen für nur 6,99 Euro. Ja. Ach, und Kondome. Kondome oder Gleit- und Massage-Gel für 3,99 Euro. Also 24 Kondome, weil ihr da dafür bekommt. Oder 200 Milliliter Massage-Bül. Ja, klar. Ich muss nicht vollkommen sagen, ist das normale Massage-Bül. Oder Gleit- und Massage-Bül ist dann ja. Ja, ich verstehe schon. Dann gibt es wieder irgendwelche geilen Anti-Aging. Bla, 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 Cremes. Und es gibt 20% auf alle Produkte von Altera, der Natur-Kosmetik-Marke. Ich kaufe von Altera habe ich nämlich eine Massage-Ühe gekauft, das ich verschenkt habe. Und das eigentlich gar nicht schlecht ist. Na. Ich finde, das riecht ganz angenehm. Aber es ist natürlich auch immer Geschmackssache. Es war, glaube ich, der Geruch. Mein Kondepapa. Ja, ja, es ist auf jeden Fall schön ölig. Lässt sich angenehm auftragen. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich kein Experte für Massage-Ühe bin. So, Cremes, Cremes, Cremes. Zernreinigungszeug. Aus Mediktücher. Maske. Bla, 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 bla. So. So. Zahnpflege. Okay, es gibt Zahnbürsten. Es gibt sehr viele Zahnbürsten. Mal kaputt. Ich weiß gar nicht, wer ich euch da präsentieren soll. Also, so eine ganz normalen. Aber auch, ähm, so eine elektrische Zahnbürste kannst du komplett kaufen. Pro 600 Cross Action für 24,99 Euro. Oder aber auch die Porlo Dentimid Akkuzahnbürste oder Kinder Akkuzahnbürste. Zwei Stufen System für nur 9,99 Euro. Da gibt es noch die Aufsteckbürsten. Von Porco Perlo Dentimid. Und Easy White Zahnaufhellungsgel. Krass. 10 Milliliter. 4,99 Euro. Naja, wenn es das tut, was es tun soll. Ähm. Was ist das denn? Perlodadmid. Interdentalsticks. 30 Stück. Oder Interdentalzettstück. Oder Nachfaller. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Aber es gibt eine süße, äh. Signal Junior Zahnbürste. Mit Piraten drauf. Sehr cool. Und für Mädchen natürlich wieder mit so einem Mädel und dem Pferd drauf. Und Sensor Düne. 43% könnt ihr sparen. Angeblich vor die unverbindliche Preisempfehlung. 2,99 Euro. 1,69 Euro. Ja. Why not? Und ja, es gibt einiges an den Puddychen. Also, weißt du, äh, Zahnpasta so zahnbürsten. Es wäre jetzt Mahlzeit, äh, euch einen zu holen. Ja. Okay, jetzt kommen wir für Genießungen. Das ist ja jetzt auch geil, wenn ihr nehmt gleich die Süßigkeiten. Äh, äh. Der Superspartipp ist, für nur 1,99 Euro. 1,99 Euro erhaltet ihr jeweils, also jeweils 1,99 Euro pro Produkt. Celebrations, 190 Gramm. Amitelli, 225 Gramm. Dein Pralige, 200 Gramm. Oder Rittersport, Schoko-Würfel. Alles für 1,99 Euro. Jeweils. Aribor, 69 Cent. Oder so Rittersport. 1,99 Euro. Ja. Was ist das denn? Cliff Bar Energy Riefe 1,49. Ist ja auch geil. Da hängt auch so ein Typ an so einem, ähm, Gebirgsstein voll, voll am Klettern an so einem Cliff wahrscheinlich. Und diesen Monster Energy Drink bekommt ihr auch im Angebot für 9,99 Cent und Tee von King's Ground. Tee Waller für 9,99 Cent. Da gibt es natürlich wieder geile Weinangebote, falls ihr daran interessiert seid. Es gibt anscheinend auch immer Weinangebote, ich weiß nicht. Waschmittel, 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 waschmittel. Weil hier steht kein voriger Preis, der durchgestrichen ist. Aber es steht 1,25 Euro. Ähm, ja, das muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Because, ähm, das weiß ich, ich hab es fast alle. Ich hab auch das daneben, das Rohrracks Rohrfreipower Gel. Das hat vor, die unverbindliche Preisempfehlung 3,29 Euro gehabt und kostet aktuell 2,25 Euro. Also ich find das von Motorhol echt, äh, Motorhol sag ich schon, Domhol echt gut. Und, äh, ich benutze es gerne vor Specken und, äh, so Badewolle, ne, Badewolle Dusche, sowas. Das verstopft mir einfach, ne, durch die Haare. Ich hab auch so ein Sieb drin, ne. Aber trotzdem geht da ja immer mal irgendwie was durch und so. Da muss man echt aufpassen. Oder manchmal, wenn man sich interessiert oder sagt, bin ja auch manchmal kleine Haare. Und was nicht noch alles und Fussel und frag mich nicht, was alles da handelt. Ja, da ist das schon mal echt ganz gut, dass, äh, da so ein Rohr frei reinzuschütten. Ähm, ja. 3D-Staubwischertücher. Ähm, okay. Was bedeutet bitte 3D in dem Fall? Das irritiert mich etwas. Und es gibt Purina One. Nass Nahrung für Katze. Weil ich überhalte. Sorry, man spart 30%. Es kostet jetzt nur 55 Cent, anstatt 79 Cent. Äh, Backpapier für 99 Cent. Persil ist im Angebot. 499 bekommt ihr Persil-Gel-Mega-Perat-Power-Mix-Caps. Ihr spart angeblich 16%. Und dann gibt es auch servierten, servierten, servierten. Und sie sind, benutzt man überhaupt noch viele servierten. Ich muss sagen, ich finde so zu Hause, benutzt man auch so gut wie nie servierten. Außer vielleicht macht man eine Einladung, irgendwas. Und, ähm, ja. Selbst dann müsste es schon mal ein besonderer Anlass sein, dass man servierten benutzt. Okay, 20% gibt es auch auf alle Leuchtmittel von Rubin. Ähm, das sind hier, äh, Glühbirnen. Ich kann gerade nicht auf das Wort Glühbirnen. Ich habe mich aber gefragt, gibt es von Rubin nicht auch Kerzen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall gibt es auch hier Vincent Knabberspaß, 39 Cent. Und auch, äh, seine Tüten mit Essen drin, 19 Cent. Und auch für einen Hund gibt es Paddy Brie Dantastics, seine Sticks, für das Gebiss, 1,525. So, Leute, es gibt auch einen Familienplaner für 1,99 oder einen Streifenkalender, nur 90 Cent. Äh, Rossmann-Style könnt ihr euch holen. Oder auch für Hunde. Der Test, der ist Sieger, sehr gut, 1,2. Vincent Schlemmerthoff mit Will. 10% spart ihr da von 0,40 auf 44 Cent. Und da gehört. Ich glaube, hier hinten sind jetzt nur noch die Online-Angebote. Da gibt es wieder Kindersachen. Maxi-Cosi, Baby-Schale, Maxi-Cosi-Autokinder-Style mit Maxi-Cosi. Da noch irgendwelche geile Koppelbetten. Ist ja auch geil. Ja, cute, cute. Ein kleines Laufgeschäft. Sieht so winzig aus. Wenn die hier scheint, noch größer zu sein, ist es wirklich nur so. Oh, es gibt den Babelix-Multi-Style-Style-Mix 10.1. Inklusive zum Beispiel für Locken, zum Kletten und Krippen, Haarkleppen und Haarnadeln. Wie Haarnadeln. Ah, okay. Und einen Erfüll gibt es auch. Pizzaofen. Pizzarette. Terrakotta-Haube für 6 Pits. Wie geil. Und dann schiebst du so, wie groß ist denn das Ding. Das kostet 69,99 Euro. Vorher, also unverwendliche Preisempfehlung. Angeblich 129 Euro. Wie geil. Das ist eine Art, eine kleine Pfanne. Mit so einem kleinen Haltergeriff. Das sieht der Haltergeriff. Das sieht so ein bisschen aus. Über Fondue. Diese Pika halten. Ohne Pika voll dran. Sitteln mit so einem kleinen, flachen, pfannenartigen Ding. Und dann kannst du entscheidend so da deine Pizza runterschieben. Und die dann backen lassen. So kommt es rüber. Ist ja witzig. Cute. Echt cute. Und dann gibt es noch den Saugrubborder für glatte Böden und kurze florige Teppiche. 99,99 Euro. Das darf ich nicht übrigen. Ja, da muss ich auch noch selbst dran, Leute. Hilft ja nix, ne. Es muss getan werden. Es muss getan werden, was getan werden muss. Ja. Und was habt ihr zuletzt bei Rossmann gekauft? Erzählt es mir doch. Ich wollte mir übrigens bei Rossmann Buntstifte holen. Weil ich mein Angebot sind halt wegen Schule und so. Er hat viele Buntstifte. Ich wollte mir die guten Farbe auch holen. Ich habe zwölf Stück für Sagen-Schweige 1,99 oder 1,10. Ich glaube, es waren sogar zwölf. Auf jeden Fall. Ich dachte, das ist ja geil. Das ist ein geiles Angebot. Ich meine, Farbe ist eine gute Marke. Und mir wurden auch von Bettina die Farbestifte empfohlen. Und das hat mich nochmal bestätigt in dem Entschluss. Aber, tja, als ich natürlich da war, war natürlich alles da. Außer dieses Angebot. Das war schon ausverkauft. Tja, danke Rossmann. Danke Rossmann. Ja. Ich habe mir dann andere geholt. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Denn ich würde gerne nochmal etwas malen für euch demnächst. Allerdings liegt bei mir noch dieses Puzzle rum. Und ich muss das Puzzle fertig kriegen. Es dauert noch etwas. Was soll ich sagen? Tausend Teile in braun, braun, braun und braun. Okay, also. Denkt an mich, wenn ihr mal wieder bei Rossmann seid. Oder euch gute Sachen für euren Hund oder eure Katze. Oder einfach für mich selbst. Also fahrt ihr, wenn ich es nochmal schaffe. Werde ich auf jeden Fall das Fahrtio holen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Eure Franziska. Ciao. Ciao. Ciao.